Mit folgenden Worten eröffne ich dieses Video nicht, ist wie es scheint. Zieht euch einfach das nächste Tooncraft Reaction Video rein. Das ist einfach saugeil. Wir kriegen wieder Behind-the-Scenes-Material ein bisschen zu sehen, wie Lobe animiert wurde. Aber in den Comics, ich will nicht zu viel verraten. Seht selbst, es ist aber richtig, richtig stark. Ich musste auf jeden Fall bestimmte Szenen zweimal angucken, weil die Reaktionen unterschiedlich ausfallen werden. Ihr werdet es feststellen, wenn ihr es gesehen habt, es ist einfach zu genial gemacht. Also viel Spaß bei dem Clip. So, jetzt bin ich mal gespannt. Animating Lobe. Arriving at World's Edge. Das ist Titanfall. Kroto-Zock Titanfall. Ah, Behind-the-Scenes-Material. Sehr stark. Na, Lobe sieht besser aus. Der Hälfte-Schwung ist einfach... Ja, sind wir uns doch alle einig. Das habe ich kommen sehen. Da haben sie aber bei dem Arsch nochmal eine Schippe draufgelegt, ja? Da haben wir uns doch mal angefangen. Da haben wir uns doch gar nicht erwartet. Das war's. Das war's. Das ist geil. Ohne Scheiß, ich dachte ja schon so beim Laufen. Es sieht ein bisschen behindert aus, aber naja, wer weiß. Aber das ist halt ein Comic. Aber das ist, ist das geil. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Stark. Deswegen auch die, jetzt machen auch wahrscheinlich, wenn man nochmal zurückspult, die ganzen Reaktionen der einzelnen Legenden mehr sind. Wollen wir nochmal kurz zurück machen? Moment. Wo? Hier am besten? Es ist alles so, so viel anders. Auf einmal. Deswegen, deswegen auch Wraith, I saw this coming. Mann, ich habe es kommen sehen. Wraith und Birrash sind ja auch dicke miteinander. Das ist geil. Stark. Wann noch was? Das war kein Ding. Ey, das werde ich niemals vergessen. Jetzt macht es erstmal richtig Sinn. Das ist ja so, so. Koniec Revenant. Warte, warte. People will talk. No, ich habe ja da, ich was sprechen. She got bamboo, so look at you. This was sehr, 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 sehr geil. Thank you for this. Right? I mean, I had fun.